Ah, es ist wieder Tag, Banschen. Alter, Mann. Ich nasch jetzt einfach verrottetes Zombiefleisch. Sollte gesund sein. Aber danach nicht bewegen. Ja. Das sind Diätfutter. Boah, ich sterbe noch beim Hausbau. Ja, das kann manchmal passieren. Das kennt jeder. Penis. Ja. Eichel. Penu. Eichelkäse. Von wo kamen wir denn her? Süden. Nordosten. Nordosten, genau. Ich hab keine Ahnung. Also bei Geografie nehme ich Schifffragen. Kommt nie gut drauf. Hä? Wo denn genau? Ja, ich falle auf mich auf dem Schuh weg. Ja, wer ist denn da noch? Oder direkt an der Wüste? Ich glaub, lauf schön. Äh, ich bin dort rosten. Äh, den kann man ja nicht so gut, äh, den kann man ja fast nicht übersehen. Ja, schon, aber ich bin halt inkompetent. Ich brauch Holz, Mama. Also ich heiße ja Florian, das sagt schon alles. Du hast mich doch. Nee, nee, ist schon. Ah, ich heiße Florian und bin inkompetent. Flo geht sich viel werben. Ah, ich heiße Florian. Verpiss dich. Weiß nicht. Ja. Die wollen gar keine Kinder, die Florian heißen. Michi, kann ich ein bisschen Essen von dir haben. Ich hab keins. Du hast dein Haus gemacht. Ja. Komm, schau mal, hier können Michi runterspringen. Ja, das kommt noch. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Ich hab keine Ahnung, wo der Vulkan ist. Ja. Weil das Haus sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Du kannst auch stehen, dass mein Bunker. Ja. Du kannst sogar eins, so ein Anlegesteg machen. Äh, Flo, wann müssen wir eigentlich morgen in der Schule sein? Interessiert keiner. Ja, mich schon. Weil, wenn ich nochmal zu spät komme, dann kackt die Frau mich wieder zusammen und ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Und dann, wann du halt in die Schule möchtest. Das heißt? Gar nicht. Das ist die letzte Woche. Dann haben wir Ferien. Ja. Ich mag es nicht, wenn du hier bei Marfa aus bist. Aber am Dienstag ist die Abschlussreise, da will ich mitgehen. Und wann ist die Abschlussfeier am Donnerstag? Keine Ahnung. Weil eine Kollegin von mir kommt vielleicht noch. Und es wäre cool, wenn die Zeit... Wenn ich noch die Zeit wüsste, könnte ich das weiterleiten. Okay. Ich hol's hier den ganzen Berg von Dominik ab. Ja, ja, den kannst du schon. Und hier kommt nachher mein Haus. Ja, ja. Das geht schon. Ja, ja, du kannst mal was nützliches machen. Ich komm wieder zurück, ich gebe auf. Wenn du willst, kannst du die Leitung durch mein Höllenportal legen. Keine Ahnung, wohin. Verkackter Mongo. Junge Mongo. Ich ist fuhr zu jung. Ich will sie multi-programmen, Junge. Zum Glück sieht man den Waypoint auf der Karte. Da zeigt es ja den Waypoint an. Das finde ich super. Nice. Nice. Pretty nice. Pretty. Der scheiß Berg ist leer. Und der Scheiß. Brauchst du was zuerst, Dominik? Mhm. Ja, ein Apfel. Da hinten liegen sicher noch Wölfe. Ich habe jetzt hier gefarmt. Apfel. das sind alles Sätzen die können es dann nicht aufnehmen weißt du in einer Zeit wird es keine Bäume mehr geben und dann wärst du froh gewesen wenn du diese aufgesagten hast wenn man dieses Dickie wie sie ihn aus den Bäumen holt dann sehen sie aus als wäre es ganz viele wenn man sie aufsammelt ist es ein oder zwei ja genau so sieht aus wie scheiss irgendwie ja so ein scheiss heilfisch ja ja sieht nicht so schön aus mich ist vor der Hausbau ja glaub ich ja nicht mich ist ein richter Badass ja ich brauche was anständiges sonst überlebe ich nicht ich kann nicht in so einer Backhack wohnen wie er ich bin wohl erzogen als der Punkt ja ich bin nicht so der Führertyp Karma Baby fonctionne da wo ich armor se dot i bald im best besitzt über du hast auch die 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 Spalte durch neben deinem Haus oder nicht warum ist er dann da nicht rein eine Spalte ja ich steile Spalte ich glaube dass kein die die ist nicht genügend tief und die Grenze keine Höhle ich glaube es ist es geht aber kann sie Seitenrennen auch schon mal ab ich glaube sie ist ihm einfach nicht feucht genug ja das stimmt schon ja aber ich wollte es nicht dass ihr das erfahrt ja ja kein Problem kann ja passieren hei 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 Alter dieses Farben ist einfach so Arsch langweilig Arsch langweilig ja und wenn ihr aufgeklärt werden wollt meld euch bei mir ich übernehme den Part weil ich kann das sehr gut da war es wenn ihr sich für Probleme hat dann wird auch zu mir kommen wenn er sich die schlau nach dem Spiel seid zu mich gehen hilft Dominik hat's aufgeholfen ja ja guck was es ihm geworden ist ich bin das haben da halb das könnt ihr jetzt live miterleben lassen ich danke mich halt für seine Taten ja kein Problem also ich hab großen Respekt vor mich nicht ja das ist meine Berufsähre das ist das ja mhm ich brauch mehr Tin denn ich hab Tin ja ich auch aber zu wenig hat es denn hier irgendwo Kohle 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 ich schau da hinten bist du in deiner Spalte ja 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 es ist ich hab das jetzt nicht so zweideutig oder so gemeint ja 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 bei mich auf dem Dach ey dann merkst du dich einmal echt ich komme von dem scheiß Dach runter ganz ehrlich aber nicht gerade mit Boro und G ganz ehrlich das sind ja noch drei Leben ja ein trägst du noch wie viel ne 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 noch drei wie viel ich hab noch drei Leben ja das überlebst du locker flockig flüssige Sache ich hab mal ein bisschen Angst ja guck mal auf gut Glück guck mal guck mal guck mal guck mal boah oh ne boah das regnet es noch ei ei Dominik du schuldest mir drei Pfeile wo sind wir denn hier gelandet wieso wo bist du tief unter der Erde sind zwei Sandsäulen sind wohl von oben nach unten geflogen mhm mhm michi willst du mal darüber laufen später aber du machst es noch ja das ist gut das ist ja das ist ja toll cool ne Höhle richtig toll richtig toll richtig toll da war schon jemand von euch kann das sein also ich bin jetzt fast noch nie zur Farm gegangen hat jemand Lava zugebaut neben dem Wasser ich glaube das hat sich von der Natur ergeben das das Phänomen der Natur Feuer du Dreckshund warum bist du in meiner Höhle ah ok hat sich geklärt ja ich glaube dass du in meiner Biste bist bist du gerade in einer Spalte ne eigentlich nicht der lügt erschieß ihn ok du bist doch recht weit von mir entfernt 120 Metern willst du doch nicht in meiner Spalte sein ja da hast du da hast du geträumt ne ja kann sein ne michi wir gehen jetzt nicht schlafen ich schon